willkommen freunde gegen teddies willen zu video nummer 12 kann auch sein das video wird nie erscheinen das wird neu aufgenommen vielleicht könnt ihr aber auch beiwohnen wie ich das jetzt hier schaffe lasst euch überraschen ich versuche einfach mal einzuhalten eine habe ich so wenn das blinde piechern sind geht es ja auch noch immer noch und im 1st Run immer noch die Geiztrag. Wir haben gerade gerätselt, ob es sinnvoller ist, jetzt ins Bett zu gehen. Weil wir schon seit 6 Stunden und noch was, 6 Stunden und 5 Minuten Streamen. Und wir haben mittlerweile eh nur 46, noch im Jahr 2022. Irgendwie Silvester, deswegen mögen wir definitiv gehen streamen. Ja. 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 Oh, Mann. das war mir gerade zu hoch worum ich jetzt entdeckt die wirst du noch wie viel hier wie viel hier war das 3 oder 2 die stiche in der hood Vielleicht einer der anderen sich herum. Ja, nein. Wir wollen OV3. Nein. 3333 has a bird and flying can you see on the light floating I wanna dream together best time of my life die würde jetzt sagen einfach geduldig sein jetzt geht ihr mich wuh 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 Der Anflug ist uhr ganz neus, ne? Nun könnte man da nur einen Abflick geben. Ich habe einen Abflick geben. Ja, nicht zu gierig sein, nicht wieder aus dem Schleichen rausgehen. Ich bin ja, nicht zu gierig sein, aber ich bin ja, nicht zu gierig sein, aber ich kann nicht zu gierig sein. ... ... ... ... ... ... ... ... Der Strom ist dran. Stell den Strom der alten Einrichtung und eine Bronze mehr, da fehlen jetzt nur noch zwei. Jetzt zurück zum Bahnsteig. Schäfer, bist du da? Die Kolonie hat wieder Strom. Ich, ich, ich verstärke das Signal. Ja, ich kann nicht. Ich komme jetzt zur Kolonie. Ich melde mich, wenn ich da bin. Muss jetzt leise sein. Und ruhig, nicht jährig sein. Das war's für ein paar Spassies. Das ist all der A. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank. So Teddy, es wird spannend. Äh, er hat mich jetzt zu schottet? Abfahrt, Richtung Frachtumschlagzentrum. Es geht los. Nächster Abfahrt, AUKUS Station. Nächster Abfahrt, AUKUS Station. Das ist ja grau, Alter. Miese... ...Breezer. Abfahrt Richtung Frachtumschlagzeit. Es geht los! Nächster Anfahrt. Orcus Station. Ich probiere es mal mit der Pumpgun, also mit der Plane, mit der Großen, mit der... Oh, hier ist schon. Ich lasse einen Sägen, nicht wahr? Halt die Abschlüsse gut geupgradet. Problem ist halt nur, ich muss nachher an die Gegner ran. Oh ja, die Kraft ist gut. Oh ja, die Bibergung. Oh ja, die Bibergung. So, wir wollen mal die ganz Größe probieren, die Big Bang. Okay. Wir probieren das erstmal mit den. Haben wir genug Muni? Die ging hier gar alternativ. Stimmt. Wir sollten das nicht anenteuerliche Geräusche erfüllen. Oh ja, dass wir alle Geräusche verletzen. Oh ja, alles Glockens. machen wir einfach mal hier mal sehen was da passiert abfahrt richtung frachtumschlag es geht los station du musst du wirklich dann die größe nicht auspacken nützt alles nicht ich bin ja mal gespannt der bus dann werden abfahrt richtung frachtumschlag es geht los ist Hey, der ist überfordert mit zwei Gegnern dann. Penner. Abfahrt in Richtung Frachtumschlag. Es geht los. Nächster Halt. Arcus Station. Wieso habe ich denn schon wieder so einen Energieverlust? Wo kommt denn der Energieverlust her? Ey. Abfahrt Richtung Frachtumschlag. Es geht los. Oder ich gehe einfach dann in die Ecke rein, wenn er gar nicht rum, dass die Gegner einfach alle ran kommt. Da lädst du nicht, da lädst du nicht der Hund. Der Hund lädst du nicht. Oder ich nehme den Big Babagun. Das geht auch. Also manchmal nur 30 Minuten. Ich gehe. Mal gucken, wenn ich den direkt damit auf den Kopf schieße. Ob sie da bleiben. Um. Klatsch. Es geht los. Nächster. Halt. Arcus. Station. Das geht los. 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 Rambazamba Rambazamba Ah, da findest du Ulloko Muni. Easy. Ende. Ende. Reise. Reise. Scheiße. Bitte von der Plattformkante fernhalten. Oh mein Gott. Du Fotze. Also, merke. Gigant. Und. Wir finden Emonie. Das läuft. Und Zeilen halt nicht vernachlässigen. Vielleicht wird das gleich mal auf den Kopf schießen. Schauen wir mal. Den Handschuh hebe ich mir auf. Wenn Gegner mir zu nahe kommt. Abfahrt Richtung Frachtumschlag. Es geht los. Nächster Abfahrt. Arcus Station. Oh. Oh. in der Garten. Oh. 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 Oh, oh. Ist er? Oh, hau ab, Mann! Kommt, jetzt jagst du so einen scheiß Injektor rein, los! Kommt, Lerners, weh den hinterher. Ich schwöre, die Knarre war die beste Entscheidung. Ich bin ja eh in dem Spiel, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ich liebe die Knarre, ich schwöre. Oh, verpiss dich! Oh! 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 Abfahrt Richtung Frachtumschlag. Es geht los! Nächster Halt. Arcus Station. Arcus Station. Arcus Station. Arcus Station. Lose your 2 in rein. Warum? Was zum Fick? Oder andere kann auch ausprobieren jetzt nochmal. Wenn wir jetzt um den Körper treffen. Ah ja, das ist der alternative Feuer-Modus. Alles klar. Aber hat die eigentlich hier oben alternative Feuer-Modus? Nein. Es ist einfach für Feuer-Modus. Abfahrt richten Feuer-Modus. Es geht los. Nächster Abfahrt. Arcus Station. Jetzt. Eins so schnell wieder weiterlaufen. Oh. Jetzt. Ja. Oh. 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 und er macht es mehr Sinn wohl jeder wenn es sich hier es geht los Achtung, bitte von der Plattform nach Fernweite. Gehen Sie, bitte von der Plattform nach Fernweite. Was ist das? 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 Boi, die nutzen wir gerade für Karte. Ich glaube ok. Scheiße, verschossen. Muni ist ganz leer. 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 Muni ist echt von Anfang an wieder machen. Das ist mies. Das ist richtig mies. Muni ist ganz leer. Muni ist ganz leer. Muni ist ganz leer. Oh Who laughs is me Teddy Beste Taktiken Gern vorschlagen Beste Taktiken Beste Taktiken Spannungswalt Auf allen dingen was der schluckt Ich schiesse schon Mit den alternativen Feuermodi Die wirklich 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 reinbanzen Nein Das war's für heute. Das war's für heute. Boah, es ist doch nicht wahr, eh nicht. Okay. Dann sollte ich mir Munition holen, wenn der auf die Knie geht wahrscheinlich. Nein. So. Wir machen am Anfang wieder die Ring-Ring-Ring-Ring-Reihe methode. oder kacken komplett ab und wenn der so dann musst du halt Muni holen oder einschlagen wenn man so hat wir finden es schon wir kriegen den wir kriegen den Heddy jung mir passt acht stunden stream of the world ja 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 veben 20 як ja ja veben Was? Spender eine zweite Runde gibt. Auf jeden Fall will sich jetzt mit dem reinkloppen, das ist gut. Das ist eine gute Idee, Mr. Scott. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Boah, warum, Alter? Oh, nein. Das ist eine gute Idee. Da ist auf jeden Fall eine schwere Rahmen der besten Voraussetzung. Das raffe ich nicht. Jetzt weicht er nicht aus automatisch. Was denkst du, ob er nachs Ende überm Bildschirm klappert? Oh, nein. Den Rest sind evil, wer war das so? Oh, nein. 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 Das war's. Das raffe ich nicht. Das raffe ich nicht, Teddy. Ich muss dann wahrscheinlich weitere Laufwege, wirklich wesentlich weiter nehmen. Aber dass da dann auch nicht mehr auf die Knie geht, das ist schon kurios. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Es ist wie verflucht. In der einen Runde bist du schnell genug und in der anderen Runde aufjemandem. Nö. Einfach nur nein. 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 Das war's für heute. 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 Und die Fresse weg. Komm. Und ich hab noch nie mal die Kisten aufgemacht für den Mund. Ja. Das war's für heute. 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 Kolonie So, Punkt um drei Ich würde sagen, genau, wir haben mal Checkpoint Hier beenden wir das Ganze für heute Freunde, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder War wieder mit Überlänge hier, aber es macht Spaß, es macht Laune Erster Arsch, dann die blauen werden, wie es ist Gerne kostenloses Abo da lasen, blablabla Ich muss das sagen, weil sonst ich vergesse selber bei den YouTubern, die ich regelmäßig schaue Teddy, danke dir wie immer fürs Beiwohnen Und, ich sag mal so Ich hoffe, wir sehen uns wieder Eure Erdbeck Jetzt wieder, Video Beschreibung, könnt ihr rein duschen In die Livestream Abo